Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hartmann? Dieser Idiot! Halt ihn sich den Mund! Er hat seine Pflicht getan, wie wir vorhin. Seine Pflicht? Nein! Er war ein Verräter! War einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Und Sie reißen...